Liebe Studierende, herzlich willkommen zur Fortsetzung der Videoreihe Staatsorganisationsrecht. Dieses Video beschäftigt sich mit einem Klausurklassiker, dem Prüfungsrecht des Bundespräsidenten bei der Ausfertigung von Gesetzen. Wegen des Umfangs der Materie ist der Gegenstand auf zwei Videos aufgeteilt. Im ersten Video befassen wir uns mit dem politischen und dem formellen Prüfungsrecht und das zweite Video hat das materielle Prüfungsrecht zum Gegenstand. Zur Erinnerung, das Grundgesetz unterscheidet zwischen dem beschlossenen, dem zustande gekommenen und dem rechtswirksamen Gesetz. Eine Vorlage wird zum Gesetz, wenn der Bundestag darüber Beschluss gefasst hat. Das Gesetz ist so dann zustande gekommen unter den in Artikel 78 Grundgesetz genannten Voraussetzungen. Das erfordert vor allem die ordnungsgemäße Mitwirkung des Bundesrats. Abgeschlossen ist das Gesetzgebungsverfahren, aber erst mit Ausfertigung und Verkündung. Mit der Verkündung ist das Gesetz rechtlich in der Welt. Ob seine Regelungen zu diesem Zeitpunkt oder später in Kraft treten, ergibt sich aus dem Inhalt des Gesetzes. Trotzdem ist die Verkündung der Moment, von dem an die Überprüfung des Gesetzes im Wege der Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrolle möglich ist. Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz bestimmt hierzu, die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Ausfertigung meint die Unterschrift des Bundespräsidenten unter das Gesetz. Nahezu immer wird sie auch erteilt. In seltenen Fällen haben Bundespräsidenten die Ausfertigung aber verweigert, insbesondere weil sie das Gesetz für verfassungswidrig hielten. Das Inkrafttreten des Gesetzes wird damit verhindert. Eine Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrolle gegen das Gesetz, das ja gar keine Rechtswirkungen erzeugt, ist dann ebenso unnötig wie unzulässig. Mit der Verweigerung der Ausfertigung beeinträchtigt der Bundespräsident aber die Rechte des Bundestags. Genau genommen, dessen in Artikel 77 Absatz 1 Satz 1 verankertes Recht Gesetze zu erlassen. Damit ist auch der prozessuale Rahmen klar, in dem solches Handeln des Bundespräsidenten geprüft wird. Es ist der Organstreit. Der Aufbau der Klausurprüfung hängt von der Fallfrage ab. Manchmal ist gefordert, dass Sie erst die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes untersuchen. Die Rechtmäßigkeit der Verweigerung der Ausfertigung ist die Zusatzfrage. In der Regel ist sie aber ein leidiger Gegenstand der Klausuraufgabe. In solchen Fällen ist die Klausurlösung fast immer Recht verschachtelt aufzubauen. Der Antrag des Bundestags an das Bundesverfassungsgericht ist, wie gesagt, begründet, wenn sein des Bundestags Recht aus Artikel 77 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt ist. Verletzt ist es wiederum, wenn der Bundespräsident die Ausfertigung nicht verweigern durfte. Aber gibt es Fälle, in denen er die Ausfertigung verweigern darf? Die Antwort setzt sich logisch aus drei Schritten zusammen. Erstens muss ermittelt werden, warum der Bundespräsident im konkreten Fall das Gesetz nicht ausfertigen will. Weil er den Bund für nicht zuständig hält? Weil es aus seiner Sicht an den Voraussetzungen des Artikel 78 für das Zustandekommen des Gesetzes fehlt? Weil das Gesetz materiell verfassungswidrig ist, zum Beispiel Grundrechte verletzt? Oder weil ihm das Gesetz politisch nicht passt? Zweitens muss ihm für das, was er bemängelt, auch ein Prüfungsrecht zustehen. Der eingespielte Begriff Prüfungsrecht bringt nur unvollkommen zum Ausdruck, worum es geht. Nicht nur um das Recht, ein Gesetz zu prüfen, sondern vielmehr und vor allem um ein Recht auf der Basis des Prüfungsergebnisses die Ausfertigung zu verweigern. Dieses Recht ist, wie wir sehen werden, abhängig von der Art der Fehler, die der Bundespräsident am zustande gekommenen Gesetz findet. Und drittens muss dann untersucht werden, ob das Prüfungsrecht, soweit es denn besteht, ordnungsgemäß ausgeübt worden ist. Das setzt voraus, dass der vom Bundespräsidenten gerügte Mangel auch wirklich besteht. Sie sehen es schon kommen. In aller Regel muss die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes nun doch geprüft werden, auch wenn sie nicht direkt der Verfahrensgegenstand ist. Sie ist aber eine Vorfrage dafür, ob der Bundestag in seinem Recht zur Gesetzgebung verletzt ist. Denn auch verfassungswidrige Gesetze erstreckt sich dieses nicht ohne weiteres. Aber zum Prüfungsrecht selbst. Wie weit reicht es? Man unterscheidet zwischen einem politischen, einem formellen und einem materiellen Prüfungsrecht. Zu Beginn sollten wir die Frage stellen, ob und warum der Bundespräsident überhaupt befugt sein soll, Gesetze zu überprüfen. In einem zweiten Schritt wenden wir uns dann Umfang und Maßstab seiner Kontrollbefugnisse zu. Haben Sie eine Idee, warum man dem Bundespräsidenten überhaupt ein Prüfungsrecht zugesteht? Die Befugnis zur Überprüfung von Gesetzen geht mit dem Recht zum Ausfertigen einher. Ein Notar fertigt zum Beispiel Abschriften von Urkunden aus und bekundet damit deren Authentizität. Auch bei der Ausfertigung von Gesetzen agiert der Bundespräsident ähnlich wie ein Staatsnotar. Bekundet oder beurkundet wird allerdings etwas anderes. Dass das Gesetz wie Artikel 82 Absatz 1 Grundgesetz es formuliert, nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommen ist. Was der Bundespräsident aber besiegelt, muss er in einem gewissen Umfang jedenfalls auch überprüfen dürfen. Wenn die Ausfertigung von Gesetzen also in Artikel 82 Absatz 1 Grundgesetz geregelt ist, dann hängt die Frage, aus welchen Gründen sie der Bundespräsident verweigern darf, an der Auslegung dieser Norm nach Wortlaut, Systematik, Telos und Historie. Werfen wir zunächst einen Blick auf das politische Prüfungsrecht? Wie soeben erwähnt, setzt die Ausfertigung nur voraus, dass ein Gesetz nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes, juristisch also verfassungskonform, zustande gekommen ist. Schon der Wortlaut des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz spricht also dagegen, dem Bundespräsidenten die Verweigerung der Ausfertigung zu gestatten, wenn es dafür keine juristischen Gründe gibt, sondern nur politische Einwände. Diese Gesetze werden ausgefertigt, wie in Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz formuliert ist. Der Bundespräsident hat also kein Ermessen. Die systematische Stellung des Bundespräsidenten im Grundgesetz unterstreicht dies. Der Bundespräsident ist kein Regierungsorgan. Er ist zur politischen Staatsleitung nicht befugt. Er darf die Ausfertigung eines Gesetzes also nicht deshalb verweigern, weil er dessen Inhalt politisch nicht billigt. Mit anderen Worten, über ein politisches Prüfungsrecht verfügt der Bundespräsident nicht. Dies entspricht ganz herrschender Ansicht. Anders wird dies für das formelle Prüfungsrecht gesehen. Darunter versteht man die Verweigerung der Ausfertigung eines Gesetzes mit der Begründung, dass es in formeller Hinsicht verfassungswidrig sei. Der Bundespräsident muss dafür geltend machen, dass der Bund für die Gesetzgebungsmaterie gar nicht zuständig sei oder dass das Gesetzgebungsverfahren an einem Fehler leide, das Gesetz also nicht im Sinne des Artikel 78 Grundgesetz ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Nach dem Wortlaut des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz fertigt der Bundespräsident die, so der Passus, nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze aus. Ob sich damit ein formelles Prüfungsrecht stützen lässt, hängt von der Deutung des Partizips zustande gekommen ab. Es lässt sich im Sinne einer Voraussetzung deuten und stützt dann ein formelles Prüfungsrecht. Wenn die Gesetze nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommen sind, dann kann die Ausfertigung erfolgen. Man kann das Partizip aber auch rein konsekutiv verstehen. Nachdem die Gesetze nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommen sind und unter diesen Vorschriften ist Artikel 78 Grundgesetz zu verstehen, ist die Ausfertigung der nächste Schritt. Der systematische Abgleich mit Artikel 78 Grundgesetz verleiht dem formellen Prüfungsrecht aber Rückenwind. Denn dort ist ja bereits verfügt, dass nur ein Gesetz, das grundgesetzgemäß zustande kommt, ausgefertigt wird. Der Passus nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes muss aber eine Bedeutung haben, die über die Abfolge der Verfahrensschritte hinausreicht. Er muss sich auf Vorschriften des Grundgesetzes auch jenseits von Artikel 78 Grundgesetz beziehen, denn andernfalls spreche Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nur von den nach Artikel 78 zustande gekommenen Gesetzen. In systematischer Hinsicht spricht für ein formelles Prüfungsrecht auch die staatsnotarielle Funktion des Bundespräsidenten, wie sie auch in Artikel 59 Absatz 1 Ratifikation völkerrechtlicher Verträge, Artikel 60 Absatz 1 Ernennung und Entlassung von Beamten und anderen sowie Artikel 63 Absatz 1 und 64 Absatz 1 Ernennung und Entlassung der Mitglieder der Bundesregierung zum Ausdruck kommt. Auch stützt das systematische Argument der Bundesstaatlichkeit in der Organschaft des Bundespräsidenten ein formelles Prüfungsrecht. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt, die sich aus den Mitgliedern des Bundestags und Vertretern der Länder zusammensetzt. Aus dieser föderalen Legitimation lässt sich eine Verantwortung für die Einhaltung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern und insbesondere der Gesetzgebungszuständigkeiten ableiten. Dieser Verantwortung kann der Bundespräsident nur entsprechen, wenn er überprüfen kann, ob die in Anspruch genommenen Zuständigkeiten auch existieren. Teleologische Erwägungen bekräftigen dies. Der Bundespräsident kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung als erster das gesamte Gesetzgebungsverfahren überblicken. Wohingegen die anderen Beteiligten, wie zum Beispiel Bundestag oder Bundesrat, nur ihren eigenen Verfahrensanteil zum Zeitpunkt der Verfahrensbeteiligung beurteilen können. Allerdings gibt es gegen ein Prüfungsrecht gleich welcher Art auch das formelle auch ein starkes Gegenargument. Denken Sie kurz nach und überlegen, welches das sein könnte. Wenn Sie keine Idee haben, werfen Sie einen Blick in Artikel 100 Grundgesetz. Grundlage dieses Arguments gegen ein Prüfungsrecht ist das Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts aus Artikel 100 und eben auch Artikel 93 Grundgesetz. Zwar prüft der Bundespräsident im Rahmen des formellen Prüfungsrechts, ob ein Gesetz das Gesetzgebungsverfahren ordnungsgemäß durchlaufen hat und daher Geltung erlangen soll. Während das Bundesverfassungsgericht auf Antrag prüft, ob ein Gesetz weiterhin gelten soll. In der Wirkung aber kommt das Prüfungsrecht dem sehr nahe, da auch das nicht ausgefertigte Gesetz keine Rechtswirkungen erzeugt und dies womöglich nie tun wird. In allen Fällen, in denen der Bundespräsident die Ausfertigung in der Staatspraxis bisher verweigert hat, führte dies zum definitiven Scheitern des Gesetzes. Dies könnte gegen ein weitgefasstes Prüfungsrecht sprechen. Zugunsten eines formellen Prüfungsrechts könnte man einwenden, dass solche Mängel meist relativ einfach festzustellen sind. Auch der Bundespräsident ist im Übrigen an Gesetz und Recht gebunden. Das spricht dagegen, ihm zuzumuten, trotz Erkenntnis des Gegenteils zu attestieren, dass das Zustandekommen eines Gesetzes dem Grundgesetz entsprochen hat. Kein eindeutiges Ergebnis liefert die verfassungshistorische Betrachtung. Die Weimarer Reichsverfassung regelte das Recht zur Verweigerung der Ausfertigung ebenso wenig wie das Grundgesetz. Die Formulierung des Artikel 70 Weimarer Reichsverfassung ist der in Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz sehr ähnlich. Daraus könnte man schließen, dass der Bundespräsident eine ähnlich umfassende Prüfungsbefugnis habe, wie sie dem Reichspräsidenten zugebilligt worden sei. Eine formelle und darüber hinaus auch eine materielle. Nur ist die Stellung des Bundespräsidenten im Grundgesetz eine ganz andere. Der Bundestag ist ihm nicht verantwortlich. Es gibt ein Bundesverfassungsgericht mit umfassenden Befugnissen. Es gibt keine Notverordnungsrechte. Kurz, wenn der Reichspräsident so ein damals gängiges Schlagwort Hüter der Verfassung war, dann ist es der Bundespräsident jedenfalls nicht oder jedenfalls nicht in gleichem Maße. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es starke Argumente für ein formelles Prüfungsrecht gibt, die aber auch nicht unerschütterlich sind. In der Klausur bietet es sich an, mit der weitaus herrschenden Meinung ein formelles Prüfungsrecht zu bejahen, aber zwingend ist dies nicht. Damit sind wir schon am Ende des ersten Teils. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Teil.